Bin ich froh, dass ich dich so reden höre, weil Tag für Tag reite ich hinter dir her, gut auf meine Chance wär, weil mir gefällt. Erhöh' den, so allein ich und so kalt. Wer bist denn du, fragt's und ist ganz weg, wer dachte auf, was Rach und Dreck, als Feier bin ich, sagt er, und der Stolz, der Einsamkeit, die damals sehr. Musik Komm, halt mich, erst mein Herzschlug spiel, so rät's und kommt ins Zelt zu ihm, und wie so ein Braut sei, so einzig Ohre wär' und tief in seinem brennenden Herz bewor' oder den Staub von der Schandard, und bei der Hochzeit hoch über alle Leid, und da hängt er die Oschen von ihrem Hochzeitskleid. und hier, wenn's ein brennenden Herz, und hier, wenn's ein Herz bewahr' oder den Staub von der Schandard, und da wird er endlich, wirklich klar, und da war' sie mic's a z'holt seyn, wann er eis fei'n war'n. Ich hab's gesehen durchgedrehen, und ich hab's gehört blähen. Doch ihr Augen waren wie ihr zwei himmlische Stehen. Nach so einem Licht hab ich mich halber gesehen. Doch, doch kann Liebe echt nur Licht sein. Wannsabrehen? Ja, normalerweise macht man ja dann so ein Abspann am Schluss. Aber ich glaub, wir sollten uns dann wieder in diese großartige Kohlenliebe-Siegel-Stimmung begeben. Deswegen mach ich das, bevor dann der Georg aufhört. Also, es gibt zwei Ankündigungen. Am 14.02. da hier, das ist der zweite Dienstag. Im Februar gibt's wieder den direkt Poetre-Slam. Dann am 1. März gibt's im KUKU eine Morgenstern-Präsentation, so wie heute, nur es wird ganz anders werden. Das ist einmal klar. Dann möchte ich mich bei allen, die ich heute hier gelesen habe, bedanken. Das sind Doris Nussbauer, Christine Diplereiter, Sepp Grasmuck, Eris Rotter. Der unsere Moderator Chief. Und ich möchte euch alle bitten, alle, die da heute auf der Bühne waren, sich auf dem Öder-Tisch durch, falls ihr es noch habt, zu unterschreiben. Und jetzt muss ich noch kurz zum Georg Siegel was sagen. Ich finde das ganz tolle, er hat das angeboten, dass er heute dieses Leonard Cohen-Programm macht. Er hat eine Deodor Grammar-Lieder im Dialekt übersetzt. Es war gar nicht so einfach, es ist ein ganz tolles Programm, und es war aber nicht so einfach. Ich bin da extra zur Grammar-Gesellschaft hingehatscht und die haben gesagt, nein, Dialekt, Grammar-Dialekt, das ist ja eine Idee, das geht nicht. Und der Vorsitzende, der schon über 80 ist, war der Einzige, der es länger gesehen hat, hat gesagt, warum, Deodor Grammar gibt es auch auf Japanisch, warum nicht auch im Wiener direkt. Und ja, wie gesagt, ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Und dann muss ich jetzt noch so eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Ich habe damals, das war so Mitte 70er Jahre, so noch vor Zwentendorf, habe ich gewohnt mit einer Freundin in einer Wohnung, da haben wir gehabt einen Kassettenrekorder, so ein Philips Winsel hat es geheißen, weil nach ein paar Kassetten war das immer so ausgeheert, dass es so gewinselt hat. Und auf der Winsel haben wir gehabt zwei Kassetten, nämlich eine von der Melanie und eine von Leonard Cohen. Und das war also, die habe ich auswendig kennengelernt und war einfach immer ein Kohlenfan. Und zu der Zeit habe ich das allererste Mal den Reinhard Liebe gehört. Und zwar im slowenischen Klub. Und da waren ungefähr dreimal so viele Leute drin, wie wirklich Platz gehabt hätten. Und ich war sofort wahnsinnig begeistert von dem, was der Liebe da gesungen hat. Den Georg habe ich später erst kennengelernt. Er ist übrigens auch ein wahnsinnig toller Krimi-Autor. Also, geht es in Buchanlagen, sucht seine Krimis, lest es toll. Und ich bin ja heute so gerührt, dass ich ja fast nicht diesen Nachspann da jetzt sage, darum habe ich meinen Spick C ab für ihn, was ich normal nicht mache. Um das jetzt zu sagen. Kohlen und Liebe personifiziert von Siegel bei einer Öder-Veranstaltung. Ein Wahnsinn. Übrigens, die Veranstaltung, die bei Georg da zitiert wurde, im Sittl, die hat auch die Öder veranstaltet. Und im Nachhinein bin ich heute noch stolz drauf, ja. Und jetzt klingen wir aus mit Kohlen, Liebe, Siegel, in was auch immer für den Reihenfolge. Danke. Also, den offiziellen Teil beschließe ich mit dem Lied. Das ist eigentlich die Ikonübersetzung von Übertragung von Liebe. Da steckt irrsinnig viel von Ehren drinnen, soweit ich ihn kennengelernt habe. Und die Geschichte war einfach die, dass er mir diese, er war ja ein Teil einer Part, wie man auch. Und er hat mir diese Sachen dann nähergebracht, just von der Zeit, wo man nicht so gut gegangen ist. Und mir war also diese Auseinandersetzung dann wirklich Therapie. Also ich hab mich dann wirklich therapiert und das war super. Und in dem Lied, ich weiß auch so, wenn er, wenn er das viel mitgeschrieben hat er natürlich nicht, ja. Aber das ist, Das ist, Like a bird on a wire. Wie ein Schwoy und ein Geier. Wie ein Märtyrer in sein Feier. Wo wir Freiheit verlangt für mich. Wie im Schlosspark der Pfarr. Wie der Mönch mit dem Bild von der Frau. Ob ich gesperrt auf die, auf die eine Nacht mit dir. Wie das ist, Und wen du sagst die, oh und gut. Und wort der Piesel irgendwann, geht die Erinnerung gut. Und wenn du sagst, ich war nicht treu, dann nicht zu dir und wenn, dann nur ganz nebenbei. Und wie war ein Jungfrau im Wald, ja, fällt mir ein Schall, wenn er fällt, wo mich kein erlaubt, dass er je mich wirklich berührt. Da ich schwöre bei dem Leben, bei alles, was mein Untergang wird, dass jeder Weg, den ich geh, nur zu dir führt. Und den Bell auf seiner Gruppen, den hör ich schreien, du musst immer ganz bescheiden bleiben. Und die schöne Frau im Rasen daneben, die sagt, es muss im Leben viel mehr, viel mehr als alles geben. Wir schwöre unter Geiern, wir mehr Türen sein Feld, wo mir Freiheit verlangt von mir. Danke! So kass, ey! Ich spöre euch nur eins, das ist nicht von dir, das ist von mir. Und weil es so kalt draußen ist und dass man nicht so ganz stinkt, ein Frühlingslied, ja. So kass! 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 Ich bin immer mehr verflucht, die ersten haben schon oft geschmeckt, die sind's mir nicht auf dabei. Verschmolzbrot mit viel Zweifel, dass ich weiß noch, was ich weiss. Ja, meine Füße drogen mich für so, solange mein Pogel heute, am ersten Wohemann dort. Im Wiener Wald, meine Füße drogen mich für so, solange mein Pogel heute, am ersten Wohemann dort. Im Wiener Wald 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 Untertitelung des ZDF, 2020